Hier, nein, das steht da nicht. Jetzt nach hinten. Und rüberklappen. Und den nach vorne dann. 1 bis 1,5 cm von der Höhe her. Okay. Und wenn es kleiner ist? Dann kann es sein, dass es bricht. Ah. Mein Name ist in den USA. Sehr klein. Sehr klein, ja. Sehr klein, ja. Normally, you need only a class 3 gips. You need don't super hard gips. Okay. It's better this one. The white stone. The white stone. One is a white stone. Okay. But it's very small. The super hard stone is too compact. What color is super hard? Green? Green or yellow. Okay. Yes. So. iberium. Three. Win? Yeah. Okay. Four.